herzlich willkommen bei whisky.de dem treffpunkt feiner geister und heute habe ich eine flasche hier auf dem fass das ist schon was ganz besonderes schwere aufwendige verpackung massiv gleich werden wir sehen wenn ich die flasche rausholen ist der johnny walker blue label elusive umami mit 43 prozent wie alle johnny walker fast alle johnny walker zu einem preis von 308 euro bei whisky.de im shop system diese johnny walker blue den kennen wir ja allgemein schon und da gab es in der vergangenheit schon etliche sonderabfüllungen und dies ist jetzt die neueste sonderabfüllung elusive umami und dazu soll jetzt erst mal wissen was umami denn überhaupt bedeutet wir kennen alle die geschmackschnospen die wir auf unserem auf unserer zunge haben die die verschiedenen geschmäcke wahrnehmen können salzig süß bitter sauer aber es gibt dazu salzig aber es gibt dazu noch eine geschmacksrichtung die wurde erst vor ungefähr 100 jahren entdeckt und zwar in japan und die heißt umami und umami steht für proteingeschmack also fleischigen geschmack und da hat man festgestellt während die variationen die die zunge an verschiedenen einfachen geschmäckern wie süß salzig sauer bitter feststellen kann doch sehr begrenzt ist gibt es beim umami eine vielzahl von geschmacksknospen typen auf unserer zunge mehrere dutzend so dass wir einen sehr differenzierten fleisch geschmack haben ja das ist unser erbe was wir über die evolution mitbekommen haben und hier geht man jetzt dazu über und sagt wir haben hier ein whisky kreiert der jetzt mit umami besonders gut kombiniert und da sagen sie also ein gläschen johnny walker blue label soll also also elusive umami soll er besonders gut zu kaviar passen weil im kaviar dieser umami geschmack relativ stark ist klar das sind fischeier da ist ein haufen proteine drin allerdings muss ich sagen ich würde dazu ein etwas weniger gesalzenen kaviar nehmen viele kaviar sind ja relativ stark gesalzen und das würde aus meiner persönlichen sicht zu dem whisky nicht ganz passen da sollte man also etwas weniger gesalzenen kaviar dazu verwenden aber gut der wurde hier zusammen mit der oder dem master blenderin von emma walker die hat da zusammengearbeitet mit dem drei sterne koch kai kobayashi das ist nicht der von kobayashi maru test nein ja das sind insider aus tat star trek und dieser drei sterne koch hat also zusammen mit dem whisky master blenderin emma walker zusammen das kreiert zusammen mit der kochkunst der französischen kocher küche also japanische küche plus französische kulinarik plus halt johnny walker umami so das ist also die story dahinter jetzt schauen wir mal whisky ist whisky nein stimmt nicht whisky ist sehr sehr unterschiedlich und vor allem blendet whisky ist ja ein handwerkliches kunstwerk weil man hier whiskies mischt und zwar verschiedene malt whiskies aus den verschiedensten brennereien mit unterschiedlichen geschmäckern und damit man ein ja ein kreatives ja eine kreation ein kreatives handwerk hat was diesen geschmacken kreiert aus einzel geschmäckern von verschiedenen brennereien und das schmeckt man nachher noch mit grain whisky ab und je teurer ein whisky wird ein blended whisky wird umso weniger grain whisky ist drin und umso mehr malt whisky drin ist um diese vielfachen aromen zu erhalten und beim johnny walker blue habe ich zahlen gehört dass ungefähr 20 prozent grain whisky drin sein sollen also 80 prozent malt whiskies und diesen grain tut man dort hinein damit der whisky weicher milder öliger wird und ja dem nicht so malt whisky aficionado ja es leichter macht diesen whisky dann zu genießen hier war also eine mächtige metallkappe obendrauf zum versiegeln die übliche johnny walker blue label plombe war mit dabei und die flasche ist massiv ja ist massiv mit einer geätzten oberfläche bläulich wie sich das für blue label gehört ja nur so rumdrehen dass sie vorne das blue label sehen kann und aufpassen dass da kein tropfen über diese flasche weil es gibt dann nachher so einen hässlichen reflex hier im video muss ich ein bisschen aufpassen so ja johnny walker blue label definitiv da wann mache ich das fest nun das mache ich einer ganz zarten rauchigkeit fest und einer starken komplexität an aromen und hier an dieser stelle fällt zuallererst mal frische apfel grüner apfel mit leichten trockenen note aber auch ein roter apfel zusammen mit einer leichten würzigkeit die würzigkeit ist das erste hier ist ist muss ich kai das spricht für eine gewisse anzahl an sherry fässern die dabei sind und im hintergrund ist schon gewisse fass stärke zu spüren die stärke fass würzigkeit zu spüren und ja ist ein sehr schöner komplexer vielschichtige aber trotzdem abgerundeter whisky ich meine so ein bisschen die weichheit des green whisky serien schon zu spüren jetzt ist eine zitrus frucht note da aber mit einer leichten süße drin also eine orangen zitrus fruchtigkeit und der rauch kommt jetzt etwas stärker durch schlägt sich ein bisschen im mund nieder jetzt hat man so dieses leicht geräuchertes fleisch im mund und das trifft jetzt hier mit diesem wort umami dann zu wobei das dezent dabei bleibt ist nicht so heftig aber ein bisschen pfeffer ein bisschen würze wird jetzt stärker das sind eichen fässer und auch wenn kein alter auf dem johnny walker blue label drauf steht die lassen sich nicht lumpen das flaggschiff hat älter gereifte whisky allerdings auch junge woraus dieser apfel tatsächlich herstammen sollte aber das ältere drin sind kriegt man an dem orangen aroma mit aber auch dem eichen aroma da ist aber sind nicht die uralten eichen fässer weil man die bitterkeit nicht spürt ist also keine bitterkeit drin die jetzt von 30 jahre alten fässern typischerweise da mit übergeht aber nein dem abgang haben eine leichte fruchtige süße die über bleibt zusammen mit dem ganz leichten eichen note geht richtig gut also beim zweiten mal pfefflichkeit stärker und diese leichte öligkeit vom green ist da aber wirklich nur zur abrundung das ist jetzt nicht einer der hier wie johnny walker red so 85 prozent grain whisky hätte der ist weitaus besser hergerichtet ja ein handwerkliches meisterwerk finde ich richtig gut gelungen das soll es gewesen sein herzlichen dank fürs zuschauen